Das Thema Eingaben geht weiter mit weiteren Forderungen zur Reduzierung erzwungener Sequentialität. Beim letzten Mal haben wir geendet mit drei Videos zum Thema Eingabeminimalität, wo es also darum geht, die Anzahl der Eingabeschritte, die Anzahl der Handlungsschritte zu verringern und damit natürlich auch dafür zu sorgen, dass es keine erzwungenen Sequentialitäten gibt. Denn wenn ich mehr Schritte machen muss als unbedingt notwendig, dann habe ich natürlich immer ein Problem und habe immer eine erzwungene Sequentialität, immer einen Mehraufwand irgendeiner Art. Heute wollen wir uns darum kümmern, was wir noch bei Eingaben beachten müssen, um erzwungene Sequentialitäten zu verringern. Und das Ganze kann man, wenn man das unter einen großen Rahmen stellen will, Handhabung nennen. Es geht also darum, die Dinge handhabbar zu machen, dass ich es auch durchführen kann und es auch auf vernünftige Art und Weise durchführen kann. Und dazu gehören drei Anforderungen. Die Eingabeminimalität hatten wir aber im letzten Mal. Und jetzt kommt halt dazu die Eingabepräzision, die Eingabeschnelligkeit und die Eingabesicherheit. Das heißt, ich muss es so schaffen, dass ich es auch genau genug machen kann. Ich muss es so schaffen, dass ich es schnell genug machen kann. Und ich muss es so schaffen, dass eine eventuelle Fehleingabe aufgrund motorischer Gegebenheiten oder der Gegebenheiten am Bildschirm nicht zu verheerenden Konsequenzen führen kann. Und das hat auch Auswirkungen darauf, wie ich die Dinge gestalte. Schauen wir uns das an. Um was für Fragen geht es? Es geht zum Beispiel um solche Fragen wie, wie groß müssen Buttons auf dem Bildschirm sein? Wie groß müssen sie vielleicht auf dem Mobiltelefon sein? Ist das was anderes? Muss man da eine andere Größe an den Tag legen? Wie weit sollten die Buttons eigentlich auseinander sein? Wo sollten sie auch positioniert sein? Ist das wichtig, dass ich weiß, wo sie am Bildschirm stehen? Solche Fragen werden da gestellt. Aber auch, naja, wie genau muss denn eigentlich eine bestimmte Handlung eigentlich durchgeführt werden? Und passt die Granularität der Oberfläche zur Granularität des Inhaltes? Also kann ich die Feinheit der Manipulation, die ich für die Aufgabe brauche, auch überhaupt durchführen? Und mit diesem Punkt wollen wir auch gleich mal anfangen. Das führt nämlich zur Eingabepräzision. Eingabepräzision haben wir hier definiert als Eingabepräzision bedeutet, Eingabemöglichkeiten so zu gestalten, dass die gewünschten Eingaben und Manipulationen mit der notwendigen Genauigkeit durchgeführt werden können. Und links sehen wir ein Beispiel, wo das nicht so ist. Ihr seht hier die Fernsteuerungs-App für iTunes auf einem iPhone. Schon ein paar Tage älter das Beispiel, was man am Design sieht. Wer ein iPhone hat, der weiß, dass das alte iOS-Design ist, was wir hier sehen. Was habe ich damals gemacht? Ich wollte einen Film gucken und ich bin, wie man sieht, Star Trek-Fan. Ich wollte einen Star Trek-Film gucken und ich hatte damals an meinem Fernseher ein Mac Mini angeschlossen. Und darauf lief natürlich auch die Software iTunes. Und mit dieser Anwendung kann man iTunes fernsteuern, ein iTunes, was auf einem Mac läuft. Nun ist diese Software aber eigentlich dafür gedacht, dass man Musik damit steuert und Musik damit fernsteuert. Man kann aber auch Filme damit tatsächlich sowohl starten als auch, naja, spulen, alles mögliche, Lautstärke verstellen, alles, was notwendig ist. Allerdings ist die Präzision gering und ist auch zu klein. Schaut euch mal oben an, was wir da haben. Wir haben da einen Zeitstrahl, wenn man so möchte, also das, wo man so drin spulen kann, also so ein Scroll-Bereich. Und ich kann dann den kleinen Punkt halt verschieben und kann bestimmte Bereiche in diesem Film anspringen. Aber fast zwei Stunden Film auf diesen kleinen Bereich gebracht, es ist unmöglich, da etwas präziser anzuspringen. Man ist sehr grob unterwegs. Die Eingabe Präzision ist zu gering, denn selbst ein Pixel weiter ist im Film gleich etliche Minuten weitergesprungen. Es ist also nicht wirklich möglich, hiermit vernünftig zu arbeiten. Das liegt hier daran, dass eigentlich ein Tool ein bisschen zweckentfremdet wurde. Aber solche Probleme können natürlich schnell auftreten, wenn die Granularitäten nicht stimmen, wie ich vorhin mal gesagt habe. Also die Notwendigkeit der Granularität, der Manipulationsgranularität, ist in der Aufgabe sehr hoch und in der Nutzungsschnittstelle zu niedrig. Und deswegen ist das hier nicht möglich. Ja, wie kann man das besser machen? Man könnte natürlich, und das wäre eigentlich das Ideale, einen entsprechend langen Strahl anbieten. Nur wie soll das hier gehen? Also selbst wenn ich das iPhone quer nehmen würde, gut, dann kann ich das vielleicht drei- oder viermal so lang machen. Aber auch das hat natürlich seine Grenzen. Wie kriege ich es denn trotzdem hin? Dazu gibt es Lösungen, die zum Beispiel im Bereich iTunes, nein, im Bereich iOS in allen Videoplayern eingebaut sind. Aber zum Beispiel auch bei YouTube kann man das sich angucken. Da allerdings erst ab Videos, die länger sind als eine Stunde. Aber so eins habe ich da unten. Und jetzt schaut mal, was man da machen kann. Man kann ganz genau einen Punkt anspulen. Ich gehe jetzt mal so, das ist erst mal noch ganz normal, sehr grob, diese ganze Leiste für diese ganze eine Stunde 51. Aber wenn ich jetzt nach oben gehe mit der Maus, während ich gedrückt halte, dann, habt ihr gesehen, dann spreizte sich die Skala. Und dann kann man auf dieser gespreizten Skala einen Punkt ganz genau anspringen. Und das ist genau die Technik, die es jetzt ermöglicht, obwohl ich beschränkt bin auf einen kleinen Bereich, trotzdem Eingabepräzision hinzubekommen. Das heißt, wir haben hier auch schon wieder die Lösung eines Designkonfliktes. Denn Eingabepräzision braucht immer viel Platz. Und wenn wir viel Platz brauchen, dann sind immer andere Forderungen, die wir schon hatten, eingeschränkt. In der Regel haben wir ein Problem mit der Übersichtlichkeit oder wir müssten die Dinge sehr klein machen. Und dann hätten wir Probleme mit der Erkennbarkeit und aber auch mit der möglichen Eingabeschnelligkeit, die wir gleich als nächstes kriegen. Also Platz ist immer ein Problem. Man kann immer alle sagen gegen Platz und dann stecken immer eine ganze Menge von Forderungen da drin. Also Eingabepräzision gegen Platz ist ein Konflikt. Und dieses hier ist eine Lösung zum Beispiel für Videospulen. Das kriege ich natürlich auch bei Audio und bei anderen Sachen, wo man eine genaue Positionsbestimmung irgendwie machen möchte. Gut, was haben wir noch? Wir haben nicht nur die Eingabepräzision, sondern wir haben auch die Eingabeschnelligkeit. Das habe ich gerade schon erwähnt. Es ist natürlich erstrebenswert, es hinzukriegen, dass eine Eingabehandlung möglichst schnell vonstatten gehen kann. Es geht jetzt nicht darum, die Anzahl der Eingabehandlungen zu verringern, das hatten wir schon, das war ja die Eingabeminimalität, sondern ich möchte die Schnelligkeit erhöhen. Ich möchte also, dass eine Eingabe zügig gemacht werden kann und nicht lange braucht, um das Reden zu kriegen. Es geht jetzt immer davon aus, dass ich eine korrekte Eingabe mache, dass ich nicht einfach irgendwie nur auf die Tastatur knalle oder so. Das geht immer schnell, sondern dass ich auch die Eingabe mache, die ich machen möchte. Ja, wovon hängt das ab? Es hängt zum Beispiel von den Eingaben dessen ab, der die Eingabe macht. Also, wenn man mal jetzt so eine Eingabe oder genaue Manipulation voraussetzt von etwas und hat zum Beispiel mal gesehen, wie das aussieht, wenn ich etwas ausschneide, wenn ich also aus Papier etwas ausschneiden möchte, der sagt dann immer, na gut, dass der Mann Informatiker geworden ist und sowas nicht machen muss. Also, es hängt von den Fähigkeiten des Nutzers ab. Da haben wir allerdings einen gewissen Rahmen, von dem wir ausgehen können, dass jeder Nutzer den hat und wenn nicht, dann sind wir im Bereich der Barrierefreiheit unterwegs und dann kommen sowieso zusätzliche Technologien zum Einsatz, um es hinzubekommen, dass auch Leute, die zum Beispiel nur die Arme so ein ganz kleines bisschen bewegen können, noch trotzdem Eingaben machen können an Computersystemen. Es hängt natürlich stark davon ab, von der Position und von der Größe von Elementen auf dem Bildschirm. Das heißt, wie groß mache ich sie denn und wo positioniere ich sie denn? Das ist ja nicht ganz unwichtig. Und das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, wenn ihr an so eine Spielshow denkt. Da gibt es ja diese Buzzer und die Buzzer sind groß. Und da diesen Buzzer zu treffen, na, da hat ja wohl keiner Schwierigkeiten, weil da kann man sehr grobschlechtig einfach draufhauen und trifft den trotzdem. Wenn man einen kleinen Knopf oder mehrere kleine Knöpfe da hätte, na, dann ist das schwieriger. Dann kann es schon mal passieren, dass man entweder den falschen Knopf drückt oder dass man sagt, na, ich muss es sehr langsam machen, damit ich den richtigen Knopf treffe. Ja, und der Grad der Notwendigkeit ist genau das. Also wenn ich kleine Knöpfe habe, dann ist die Anfrage nach Genauigkeit, die Anforderung an Genauigkeit sehr hoch. Hingegen, wenn ich große Knöpfe weit auseinander mache, ist das nicht so. Das kann man sich sehr leicht auch aus realem Leben vorstellen und kennt auch jeder letztendlich aus eigener Erfahrung. Ein bisschen schon aus Nutzungsschnittstellen. Dahinter steckt, dass die Präzision und Schnelligkeit des Menschen nicht beliebig steigerbar ist, was Manipulationshandlungen angeht. Und das ist untersucht worden und das kann man zum Beispiel an solchen Experimenten hier schön sehen. Was ist das für ein Experiment? Die Aufgabe war hier, möglichst schnell zwischen diesen beiden Linien hin und her so zu kritzeln, immer hin und her zu gehen. Und, na ja, möglichst die Linien auch nicht zu überschreiten dabei, sondern das halt möglichst präzise, aber vor allen Dingen in der Maßgabe möglichst schnell zu machen. Also fünf Sekunden lang sollte man das möglichst schnell tun und dann sieht man da, na ja, also perfekt ist es nicht, sondern man sieht an vielen Stellen, dass die Linie überschritten wurde. Man kann aber auch noch viel mehr daran sehen, nämlich, dass es so Wellenbewegungen gibt, dass so Überschreitungen kommen und dann wird es wieder besser und dann gibt es wieder Überschreitungen und dann gibt es wieder besser. Aus diesen Untersuchungen, zusammen mit anderen natürlich, wurde geschlossen, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen der Handlung des Menschen und der Wahrnehmung dessen, was er getan hat. Das heißt, ich handle und die Wahrnehmung oder die Verarbeitung der Wahrnehmung vor allen Dingen auch, die braucht eine gewisse Zeit und erst nach dieser Zeit kann eine Regulation dieser Handlung eintreten. Das heißt, wir haben da einen gewissen Versatz da drin. Das heißt, unsere Genauigkeit in der Handlung ist ja abhängig davon, dass ich wahrnehme, was ich tue. Und es gibt da ein, na ja, in unserer Architektur, in unserer Wahrnehmungs- und Handlungsarchitektur, na ja, quasi eingebautes Maximum. Ich komme nicht darüber hinaus, wenn ich das mache. Ich kann also nicht beliebig schnell, beliebig genau werden. Und das Experiment hier hat als Ergebnis gegeben, dass, wenn man das hier so macht, dann haben wir 68 Zacken. Das heißt, jetzt hier eine Zacke hat hier 73 Millisekunden gebraucht, da fast 74 Millisekunden. Und die Rückkopplung, die visuelle Rückkopplung dauert aber 240 Millisekunden. Und das ist ja erheblich länger. Das heißt, in dieser ganzen fünf Sekunden habe ich Zeit gehabt für 20 Korrekturen. Und das ist ja auch genau das, was man hier unten gesehen hat. Dieses Maximum, das gilt es natürlich zu berücksichtigen, wenn wir gestalten. Nicht unbedingt die Zahl, aber dass es ein gewisses Maximum gibt und dass wir nicht beliebig das Ganze erhöhen können. Das ist das, worum es geht. Damit zusammenhängend und darauf aufbauend ist ein Zusammenhang, ein formulierter Zusammenhang, der oft als eines der Naturgesetze der Interaktion bezeichnet wird. Also wo wir in diesem Bereich Ergonomie und Interaktion am Bildschirm mal feste Regeln haben, feste Gesetze haben. Da stürzen sich natürlich gleich alle drauf. Und das hat man auch bei diesem hier gemacht, nämlich bei FITZ-Law. Das ist etwas, das werdet ihr an vielen Stellen finden, wenn euch Interaktionen am Bildschirm oder auch auf Touch-Bildschirm, das ist dafür völlig egal, interessiert. Dann werdet ihr garantiert was über FITZ-Law finden, weil es so was Schönes ist, mit einer Formel und allem drum und dran. Das werden wir uns auch gleich angucken. Naja, das ist natürlich was wert. Obwohl wir sagen würden, dass, sagen wir mal, die konkrete Berechnung mit FITZ-Law, mit dieser Formel, die dabei rauskommt, für uns gar nicht so interessant ist. Wohl aber die Zusammenhänge, die da drinstecken. Aber fangen wir vielleicht am Anfang an. Was ist das überhaupt, FITZ-Law? Das Ganze ist zurückzuführen auf eine Veröffentlichung, die ihr hier seht. Und die ihr seht auch, die Veröffentlichung ist älteren Datums. Die ist von 1954. Und was interessierte den Herrn FITZ eigentlich? Hat er sich für Computer interessiert? Nein, 1954 und Ergonomie am Computer, das passt ja nicht zueinander. Aber er hat so gesehen schon im Bereich Ergonomie gearbeitet, nämlich im Bereich von Ergonomie von Flugzeugen. Der hat bei der Air Force gearbeitet, einem Research Laboratory der Air Force. Und da ging es natürlich darum, wie organisiere ich denn so ein Cockpit von so einem Flugzeug, einem militärischen Flugzeug, dass es möglichst zu schnellen Handlungen kommt und möglichst aber auch zu keinen Fehlern bei der Handlung kommt. Das heißt, Ergonomie in diesem Sinne ist natürlich bei so einem Flugzeug, und das gerade auch noch ein Flugzeug unter so besonderen Bedingungen, wie es ja bei Militär gefragt ist, eine besonders wichtige Angelegenheit. Ja, und er hat das natürlich nicht FITZ-Law genannt, sondern das Ganze wurde nachhinein, nachhinein in FITZ-Law umbenannt. Dieses Paper enthält eine Reihe von Experimenten, die ähnlich sind wie das Zickzack-Experiment eben. Aber es geht nicht ums Malen, sondern es geht um bestimmte Handlungen und die Genauigkeit der Zeigehandlungen, die immer untersucht wurde oder der Manipulationshandlungen. Hier sind mal drei Beispiele, ihr guckt auf der linken Seite, da sind untergebracht jeweils so zwei Bereiche und der mittlere Bereich ist jeweils der Bereich, der mit diesem Stift, den der jemalige da in der Hand hat, getroffen werden soll. Und ja, auf beiden Seiten. Und die Aufgabe ist es immer ganz schnell hin und her, diesen Bereich zu treffen und dabei nicht daneben zu treffen. Es werden also auch die Fehler gezählt in diesen äußeren Bereichen. Das kann man natürlich schön auswerten, da kann man so elektrische Zähler einbauen. In der Mitte geht es darum, dass man so Klötzchen von einer Seite auf die andere Seite steckt. Das ist ein bisschen ähnlich wie das Spiel Türme von Hanoi, was euch vielleicht bekannt ist. Und da rechts geht es darum, Nägel in Löcher zu stecken. Also es sind jeweils so Steck-Experimente oder Zeige-Experimente, wie auf der linken Seite ist ein Zeige-Experiment. Und darüber hat FITZ dann einiges herausgefunden und hat dann bestimmte Zusammenhänge definiert, die wir wie gesagt heute noch brauchen. Das ist dann 1978 das erste Mal in den Bereich Human-Computer-Interaction überführt worden. Da war Herr FITZ allerdings leider schon tot, das hat er leider gar nicht mehr erlebt. Es wäre vielleicht interessant zu wissen, was er dazu wohl gesagt hätte, zu dieser ganzen Angelegenheit. FITZ-Law, wenn man das Original-Paper von FITZ liest, dann das ist nicht einfach zu lesen, denn der Mann ist Psychologe und er schreibt in einer Terminologie der Psychologie, die gerade in der damaligen Zeit auch sehr beliebt war, nämlich mit der Sprache der Shannon'schen Informationstheorie. Es lohnt sich aber, das mal so anzugucken und deswegen gehe ich jetzt etwas, manche mögen vielleicht sagen, etwas übertrieben ausführlich auf FITZ-Law und seine Definition selbst ein. Denn ich finde, daraus können wir etwas ableiten, was uns viel mehr bringt, als die Endformel am Ende, mit der man dann irgendwelche Sekundenzeiten ausrechnen kann, was wir gar nicht wollen. Was steht da drin? Ich lese es vor und ich hoffe, ich verplappere mich nicht beim Lesen, denn so ganz einfach ist es tatsächlich nicht zu lesen. Schauen wir mal. Okay, man versteht erstmal gar nichts. Das ist etwas beunruhigend. Aber man kann sich das übersetzen, was er da sagt. Er verwendet, wie gesagt, die Ausdrücke der Shannon'schen Informationstheorie und dann auch noch, naja, für den Fall natürlich besondere Ausdrücke wie sowas wie Amplitude und so. Aber das können wir uns, sagen wir mal, ins Deutsche übersetzen. Das müssten wir vielleicht sowieso tun, aber auch ins Verstehbare übersetzen. Wenn wir uns die Aufgabe mal jetzt stellen, es geht darum, dass wir mit einem Mauszeiger, der am Bildschirm ist, auf ein Zielobjekt zeigen wollen. Was bedeutet dann Amplitude? Amplitude ist dann die Distanz vom Mauszeiger bis zum Ziel. Amplitude heißt ja Auslenkung und das ist bei FITS immer, dass ich gucke, wie stark muss ich denn mich bewegen. Das ist die Auslenkung, das ist die Amplitude. Wenn man so eine Sinusschwingung hat, ist ja auch das die Amplitude, also die Auslenkung. Dann ist hier die Rede von Tolerance Limits. Das bedeutet ja am Ziel, wie groß ist denn die Toleranz? Muss ich das ganz genau treffen oder muss ich das nur so ganz grob treffen? Das heißt, wir reden über die mögliche Ungenauigkeit, um auf dieses Ziel zu zeigen oder dieses Ziel zu treffen. Was bedeutet das bei einem Button? Bei einem Button bedeutet es die Größe des Buttons in Zeigerichtung, in diese Richtung. Das heißt, wenn das Ganze ein großer Button ist, stellt euch wieder den Buzzer vor, den kann man sehr leicht treffen und sehr ungenau kann man sein. Während hingegen, wenn das so ein ganz kleiner Knopf nur ist, dann muss man sehr genau sein und dann ist das Tolerance Limit viel, viel kleiner. Dann redet er hier von Average Time per Response. Das ist die durchschnittliche Zeit, um auf das Ziel zu zeigen. Per Response ist dann so eine psychologische Ausdrucksweise, weil es hier sagt, es geht hier um, naja, Antwortzeiten auf eine bestimmte Aufgabe hin. Und dann wird hier noch von einem Minimum Average Amount of Information per Response gesprochen. Da sagt er selber an einer anderen Stelle zu, das ist der Index of Difficulty, also der Schwierigkeitsgrad. Und da verwendet er den Begriff Information für. Und Information ist eben dieser, so ein Schellenscher Informationsbegriff, über den wir uns an dieser Stelle nicht auslassen wollen. So, wie kann man das jetzt übersetzen? Jetzt fassen wir das mal alles zusammen und kommen zu dem hier unten aufgeschriebenen. Das heißt dann, die durchschnittliche Zeit, um fehlerfrei auf ein Ziel zu zeigen, hängt direkt proportional von der Schwierigkeit ab, darauf zu zeigen. Die Schwierigkeit wird bestimmt von der Entfernung zum Ziel und der Toleranz, also der erlaubten Ungenauigkeit beim Zeigen. Das kann man jetzt besser verstehen in unserem Zusammenhang. Ich habe da noch fehlerfrei hinzugefügt, das steht im Original gar nicht drin. Das geht aber aus der Aufgabe hervor. Denn es ging immer darum, dass die Leute, wie es da heißt, at their maximum rate, das machen. Also so schnell wie möglich, aber korrekt. Denn sonst würden halt die Fehlerzahlen ansteigen. Aber es ging immer darum, die Fehlerzahlen möglichst gering zu halten. Also man ist quasi an seinem Geschwindigkeitsmaximum, wo man es hinkriegt, das noch korrekt zu machen. So, jetzt haben wir hier diese Definition und haben vor allen Dingen die interessante Definition des Schwierigkeitsgrades, also dieses Index of Difficulty. Und wie definiert FITZ den Index of Difficulty? Er sagt hier, der Index of Difficulty ist ein Logarithmus von a durch t plus 1. a durch t, was soll hier a heißen? a ist die Amplitude, die ich hier in diese Richtung habe. Und t ist das Toleranzlevel. Okay, a durch t steht jetzt hier. Was heißt das also? Also es hängt ab von dieser Entfernung. Und wenn die Entfernung größer wird, dann wird der Schwierigkeitsgrad höher. Und wenn der Button größer wird, dann wird der Schwierigkeitsgrad kleiner. Denn das steht ja unter dem Bruchstrich. Da steht ja a durch t. Gut, jetzt sind diese Begrifflichkeiten a und t an dieser Stelle für uns etwas unüblich. Wir würden üblicherweise eigentlich anstatt a, anstatt Amplitude, würden wir hier d sagen wollen für Distanz. Und müssten das dann natürlich auch in der Formel entsprechend ändern. Und kämen dann hier zu dieser Aussage. Also der Schwierigkeitsgrad ist Distanz durch Toleranz plus 1 und davon da Logarithmus. Das ist eine Definition, die sollte man sich merken. Das ist nämlich der interessante Teil von Fitts Law. Nämlich diese Angabe dieses Schwierigkeitsgrades. Jetzt wird häufig noch, wenn ihr Fitts Law mal irgendwo aufgeschrieben seht, werdet ihr nicht t an der Stelle sehen, sondern werdet da wahrscheinlich w sehen. W für die Breite des Buttons. Das mache ich jetzt hier nicht, weil das Toleranzlevel auch anders erhöht werden könnte, als über die Größe des Buttons. Und das spielt später auch noch eine Rolle, dass wir das anders machen. So, das ist Index of Difficulty. Und was er dann ausrechnet, ist die durchschnittliche Zeit, mt. Und da seht ihr diesen Index of Difficulty auch wieder drinstehen. Und das Einzige, was unterschiedlich ist, ist eigentlich, dass ihr noch ein a plus b mal da vorne stehen seht. Also wir haben hier zwei weitere Parameter drin. Eine Konstante a und ein b, also ein Faktor b. Und diese beiden Variablen, die müsste man definieren, und zwar in Abhängigkeit von der Eingabetechnik und von demjenigen, der es nutzt. Das heißt, a und b sind zusätzlich noch zu definieren, wenn ich tatsächlich mittlere Zeiten ausrechnen möchte. Man kann sich jetzt überlegen, was ist das denn eigentlich? Mal jetzt ganz salopp formuliert, kann man sagen, a, a wird ja einfach immer als Zeit hinzugerechnet. Da könnte man sagen, so eine Art Schrecksekunde. Also man will etwas tun und dann braucht man eine gewisse Zeit, um überhaupt damit zu beginnen. Und dann haben wir b. b ist also ein Faktor, der davor ja steht. Naja, die gibt so die Schnelligkeit der Person und die Schnelligkeit der Eingabetechnik an. Aber dieses a und dieses b ist für uns relativ wenig von Belang. Denn wir wollen nicht ausrechnen, wie lange etwas dauert, sondern für uns geht es eigentlich immer darum, dass wir in unseren weiteren Überlegungen diesen Index of Difficulty verringern wollen. Darum geht es ja. Und a und b, da können wir gar nicht viel dran tun. Das kann uns eigentlich egal sein, wie diese Werte sind. Sondern es geht uns um dieses ID. Und das wollen wir verringern. Deswegen müssen wir uns das auch noch etwas genauer angucken. Formulierungen gibt es einige von Fitts Law. Es wurde häufig mathematisch anders aufgeschrieben, umgestellt. Je nachdem, was man genau damit jetzt gerade mal anfangen wollte. Was aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass da ein Logarithmus drin steht. Und da steht ja dieser Logarithmus zur Basis 2. Ein Logarithmus ist ja von einer Art, dass wir, wenn wir den Logarithmus von kleinen Werten bilden und da dann Änderungen beobachten, wir auch große Änderungen im Logarithmus sehen. Das heißt, wir haben eine starke Steigung am Anfang. Und je weiter wir nach hinten kommen in dem Logarithmus, desto flacher wird das Ganze. Das ist die Grundeigenschaft von so einer logarithmischen Skala und von diesem Logarithmus hier an dieser Stelle. Das heißt, wir können die größten Verbesserungen erwarten in einem Bereich, in dem dieses d durch t ziemlich klein ist. Und wann ist das der Fall? Wann ist d durch t ziemlich klein? d durch t sollte also idealerweise nahe bei 0 irgendwo sein. Die Konsequenz daraus ist erstmal, dass wir die geringsten Schwierigkeitsgrade dann haben, wenn das d sehr klein ist und das t sehr groß ist. Also, wenn ich kleine Distanzen habe und große Toleranzen habe. Das ist der Bereich, in dem ich in diesem Logarithmus am meisten bewirken kann. Wenn wir dann sehen, dass es an dem niedrigen Bereich mehr bringt, zum Beispiel eine Halbierung zu erreichen, als in einem höheren Bereich, da macht das fast keinen Unterschied, ob ich irgendetwas noch halbiere, dann können wir daraus die Konsequenzen ziehen, die hier unten aufgeschrieben ist. Das heißt, eine Verkleinerung bereits kurzer Distanzen bringt im Verhältnis viel mehr als die Verkleinerung großer Distanzen. Gut, wir werden gleich aber sehen, dass es mit den Distanzen so eine Sache ist. Wichtig aber, die Vergrößerung kleiner Toleranzen bringt mehr als die Vergrößerung bereits großer Toleranzen. Wenn wir das auf den Button einmal wieder übertragen, bedeutet das, einen ganz kleinen Button zum Beispiel doppelt so groß zu machen, bringt mehr als einen ohnehin schon großen Button noch größer zu machen. Wir können noch zwei andere Konsequenzen daraus ziehen. Das ist nämlich, wenn die Toleranz klein sein muss, ich muss also einen kleinen Button haben aus irgendeinem Grund oder aus einem anderen Grunde kann ich keine große Toleranz sicherstellen. Es muss ja nicht unbedingt eine Buttongröße sein. Bleiben wir mal beim Button. Der Button muss aus irgendeinem Grunde klein sein. Dann müssten wir dafür sorgen, dass die Distanz auch klein ist. Das ist aber oft schwer sicherzustellen, wie wir gleich sehen werden. Andersherum, und das ist natürlich erheblich leichter, wenn die Distanz groß ist oder wenn die Distanz groß sein kann, dann können wir eigentlich nur dadurch einen geringen Index of Difficulty erreichen, dass wir eine hohe Toleranz hervorbringen. Einiges davon kann ich relativ leicht erreichen, anderes schwieriger. Was sind für uns denn die praktischen Gestaltungskonsequenzen hier raus? Was können wir denn eigentlich machen? Na ja, wir haben auf manche Dinge mehr Einfluss und auf andere Dinge weniger. Zum Beispiel, wenn ihr euch ein Windows vorstellt oder irgendein anderes Betriebssystem, das zum Beispiel so etwas wie ein Startmenü hat. Also einen Knopf unten, den man erreichen möchte, der ist an einer speziell definierten Stelle. So, wie ist es mit der Entfernung? Kann ich mit der Entfernung hier überhaupt irgendetwas anfangen? Wahrscheinlich nicht, denn wo ich mich mit dem Mauszeiger auf dem Bildschirm gerade befinde, ist Zufall. Das kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht den Startknopf so optimieren, dass er immer nah am Mauszeiger ist. Das ergibt ja keinen Sinn. Das heißt, ich kann diese Entfernung überhaupt nicht beeinflussen. Ich habe da keine Möglichkeit. Generell ist es noch so, wenn ich verschiedene Elemente habe und möchte, dass ich von dem einen schnell zum anderen komme, dann sollte ich die ja nah aneinander anbringen. Das ist ja da die Definition nach Fitts Law, wenn man das dann auf dieser Ebene betrachtet. Aber, dass zusammengehörige Elemente, die ich zusammenhängend bearbeiten möchte, nah beieinander stehen, das ist sowieso schon so. Also da haben wir sowieso schon entsprechende Forderungen. Wir haben ja bei der Strukturiertheit gesagt, was zusammengehört, soll zusammengruppiert werden, räumlich. Und da brauchen wir kein Fitts Law mehr dafür, um diese Notwendigkeit hier festzustellen. Faktisch übrig bleibt dann also für uns in erster Linie, nicht ganz, wir sehen gleich noch durchaus Ausnahmen dazu, aber in erster Linie die Erkenntnis, dass es uns um die Buttongrößen gehen kann. Dass wir also sagen, naja, wir ändern hier die Größe von so einem Knopf oder wir erhöhen das Toleranzlevel, um das etwas allgemeiner zu sagen, auch für andere Techniken. Und damit kriegen wir es dann hin, dass wir die Schnelligkeit erhöhen, die Eingabeschnelligkeit maximieren an dieser Stelle. Einen wichtigen Aspekt müssen wir uns abschließend in diesem Video noch angucken, den man im Kopf haben muss, wenn man die Toleranz, die der Fitts ja definiert hat, gleichsetzt mit der Buttongröße. Denn Buttongröße ist nicht dann gleich ganz genau Buttongröße. Denn wichtig ist es, wie man hier sieht, dass man die Buttongröße dann in die Zeigerichtung versteht. Und das macht ja einen großen Unterschied, wenn ein Button nicht genau quadratisch ist, was er ja meistens nicht ist. Wenn wir uns einen normalen Button angucken, wie er hier so stilistisch abgebildet ist, dann ist der Button in der Variante, wo wir von unten her oder von oben her auf ihn zukommen, also in Situation 1, ziemlich klein. Denn in Situation 2 hingegen, wo wir von der Seite kommen, ist der gleiche Button viel, viel größer. Das heißt, wenn wir die Toleranz besprechen an dieser Stelle, dann müssen wir da immer davon ausgehen, dass wir dann die Buttongröße in Zeigerichtung meinen. Was hat das für Konsequenzen? Schaut euch da unten mal den Editor an, den ganz normalen Notepad, also Windows-Editor. Und ich bin mit der Maus unterwegs, der Mauszeiger ist an dieser Stelle und ich möchte jetzt dieses Menü erreichen. Ich möchte irgendwie auf Bearbeiten klicken oder auf Format oder wo auch immer ich draufklicken möchte. Dann ist es ziemlich schwierig oder ziemlich langsam, wir haben ja eher von Langsamkeit an dieser Stelle gesprochen, dieses Bearbeiten zu treffen, wenn ich von unten her komme oder von oben her komme. Und das ist ja sehr wahrscheinlich, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit bin ich ja irgendwo innerhalb des Textes vorher unterwegs gewesen mit der Maus und möchte dann dieses Menü da oben erreichen. Deswegen ist das eine Gestaltung, die zwar ihre Vorteile hat, was die Zuordnung angeht. Das heißt, es ist klar, dass dieses Menü zu diesem Fenster gehört. Aber was die Eingabegeschwindigkeit angeht, ist das eine schwierige Gestaltung. Ihr wisst ja vielleicht, bei Apple hat man sich hingegen entschlossen, die Menüs immer oben im Bildschirm unterzubringen. Das ist in Sachen Zuordnung eine Zumutung, weil man nicht sieht, zu welchem der Fenster, die auf dem Bildschirm gerade sind, dieses Menüband oben gerade gehört. Das ist nämlich immer gerade nur das aktive Fenster. Aber, das werden wir im nächsten Video sehen, das hat für die Eingabeschnelligkeit große Vorteile. So viel soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben zunächst die Eingabepräzision definiert, dass es also überhaupt möglich sein muss, in der Nutzungsschnittstelle so feingranular die Manipulation machen zu können, wie ich sie für die Aufgabe brauche und haben uns dann vor allen Dingen um die Schnelligkeit gekümmert. Und da spielt ja FittsLaw eine große Rolle, denn FittsLaw beschreibt ja über seinen Index of Difficulty, wie schnell es möglich ist, auf etwas zu zeigen. Und diese Zeigeoperation, die ist jetzt natürlich gerade für uns besonders interessant, wenn es um Mauszeigerinteraktionen geht. Man könnte FittsLaw natürlich auch für Tastaturen oder sowas versuchen anzuwenden, aber das ist nicht die für uns besonders interessante Anwendung, denn Tastaturen und Co. sind ja größtenteils Hardware-Ergonomie. FittsLaw kommt natürlich dann wieder ins Spiel, wenn wir Bildschirm-Tastaturen haben, was wir ja heute an Smartphones und Tablets durchaus verbreitet vorfinden. Man kann aus FittsLaw dann mit der Maßgabe, dass man keine Fehler machen möchte oder dass Fehler keine verheerenden Folgen haben dürfen, weitere Forderungen ableiten. Und das machen wir im nächsten Video.